Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Stream-Ankündigung. Ja, ihr wundert euch sicherlich. Stream-Ankündigung Mittwoch. Was wird es hier jetzt? Aber, liebe Leute, es sieht so aus. Und zwar habe ich ja inzwischen die 700 Abonnenten geklackt und habe mir gedacht, hey, wir machen mal wieder was. Ein wunderschönen 700-Abonnenten-Stream. Und dieser 700-Abonnenten-Stream wird ein weiteres Turnier werden. Und zwar habe ich da mit dem guten Manuel, Manuel, nochmal hier, Shoutout an dich, dass du mir die Idee hier gebracht hast. Der Manuel hat gesagt, hey, wie sieht es aus? Willst du nicht mal wieder hier ein Turnier machen zum 700-Abonnenten-Stream, weil ich noch ein bisschen unentschlossen war, was ich denn machen will und mit ihm dann geschrieben habe. Und er hat gesagt, ja, mach doch mal wieder ein Turnier. Und er unterstützt mich da auch sehr, sehr gerne und sowas, wo ich auch wahrscheinlich auf deine Hilfe zurückgreifen werde, lieber Manuel. Dankeschön auch nochmal dafür. Und ja, es sieht so aus. Wir werden ein Turnier machen. Bevor ihr jetzt sagt, hey, ich habe aber jetzt gar kein gutes Deck oder sowas, wo ich hier machen kann. Denn ich bin ja noch der absolute Anfänger und Noob und etc. Leute, es ist gar kein Problem, weil wir legen wieder richtig schöne Regeln fest. Und zwar sieht es nämlich so aus. Wir werden ein Turnier machen, in dem erstens nur Standard gespielt wird. Und zweitens, was noch viel, viel wichtiger ist, für die Leute, die halt irgendwie zum Beispiel Low-Budget-Decks oder sowas spielen, es dürfen keine Legendaries gespielt werden. Keine Legendaries und keine Epics. Das finde ich vom Grundprinzip her ist das eigentlich ein relativ ausgeglichenes Ding, weil man halt dann wirklich auf diese Budget-Decks zurückgreift. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Budget-Decks. Und vielleicht sieht dann der eine oder andere so, hm, das Budget-Deck funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Vielleicht könnte ich das mal im Ranked spielen oder sowas. Und da lernen wir halt mehr Budget-Decks kennen. Es finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich mir das ausgesucht, dass halt alle wirklich eine Chance haben. Wirklich komplett alle. Und ja, ich denke, wir werden sehr, sehr viele Hunter sehen, weil der gute Disguised Host hat ja diesen Budget-Hunter gebaut, der sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, wir werden sehr, sehr viele Jade-Jamanen sehen, weil Jade funktioniert nämlich auch sehr, sehr gut ohne irgendwelche Legendaries oder Epics und so weiter und so fort. Aber jetzt zu der wichtigen Sache noch, liebe Leute. Was ist überhaupt so, was kann man dabei gewinnen? Ja, Ali, es gibt wieder was Schönes zu gewinnen. Und zwar werde ich wieder zwei Steam Keys verlosen. Währenddessen einfach random. Ich weiß noch nicht, wann die Zeit ist. Da werde ich wieder meine schöne App nutzen. Und das Nächste ist, dass ich hier, ähm, dass ich hier noch für den Gewinner etwas bereit halte. Und zwar wird es wieder ein Blizzard-Gutschein sein. Das heißt also, macht mit, tragt euch bitte hier unter diesem Video ein, bis, ich würde mal sagen, heute ist Mittwoch, bis Samstag, dass ich mindestens einen Tag habe, die, äh, die, äh, Dinge hier zu erstellen, den Turnierbaum zu erstellen. Es wird nämlich natürlich zwei Turnierbäume geben, da ich halt das Gefühl habe, dass mehr Leute jetzt ja da sind und mehr Leute hier auch gucken und alles mögliche und mehr Leute wahrscheinlich auch mitspielen werden. Ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir zwei Turnierbäume machen und, äh, die gehen dann hoch bis auf zwei Spieler. Und diese zwei Spieler, äh, werden dann zusammen, ähm, also diese zwei Spiele aus beiden Turnierbäumen werden dann zusammengeschoben, wieder zu einem neuen Turnierbaum. Die besteht, der neue Turnierbaum besteht dann aus vier Spielern und das geht dann hoch. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht merken oder so, das ist ja dann meine Sache. Und zwar wird es so sein, dass der eine Turnierbaum wahrscheinlich vom guten Manero überwacht wird. Vielen, vielen Dank an der Stelle an dich, Manu, nochmal, äh, dass ich dich hier so einspannen darf. Und das nächste ist, ähm, das nächste Turnierbaum werde ich dann überwachen und so wird es dann halt hin und her gehen, bis wir dann schlussendlich einen Sieger küren können. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung, liebe Leute. Sonntag, 20 Uhr bis 20.30 Uhr, 700 Abonnenten Party streamen, liebe Leute. Es sieht so aus, wir machen ein Turnier, wir werden zwei Steam Keys verlosen, es wird nur im Standard gespielt, es darf keine Legendary und keine Epic verwendet werden. Und nicht zu vergessen, der Gewinner erhält ein Battle.net Gutschein. So, das war hier so die grobe Zusammenfassung bei Fragen und sonst was. Bitte einfach in die Kommentare schreiben, bitte, ach so, noch eine wichtige Sache, ganz wichtige Sache, Leute. Ganz, ganz wichtig. Tragt euch hier unter diesem Video ein. Zur Sache, wie trage ich mich denn hier jetzt ein? Okay, ihr müsst hinschreiben, bitte, ein Plus oder ich möchte mitmachen oder sonst was und den Battle Tag, also hier den kompletten Battle Tag. Scroll, Hashtag 2761 zum Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch eintragen könnt. Also, dass ich euch eintragen kann und vor allen Dingen auch noch, dass ich halt das Ganze organisieren kann. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr das alle machen könnt. Wer das nicht macht, das muss ich jetzt an dieser Stelle ganz klar sagen, bis Samstag, den... Ach, lasst mich nochmal gucken, was ist denn der Samstag der Schöne? Der Samstag, den Fünften, um, sagen wir, 12 Uhr mittags. Wer es bis dahin nicht hat, der hat leider Pech gehabt und kann nicht mehr mitspielen. Ich glaube, da werden eh schon genug Leute da auf mich zukommen, denn das wird also ein bisschen eine größere Organisationssache, das heißt, ich brauche ein bisschen länger zu viel Zeit dafür. Deswegen, ja, das war es eigentlich. Also, wie gesagt, Leute, Turnier, bitte eintragen hier unter diesem Video mit einem Plus und dann den Battle Tag hinschreiben. Es darf jeder mitmachen, der Bock hat, auch wenn ihr mich nicht abonniert habt oder sonst was. Es wäre natürlich cool, wenn das hier so für die Abonnenten wäre oder sowas, aber das müsst ihr euch natürlich überlegen. Und da hätte ich mal gesagt, liebe Leute, ich freue mich tierisch drauf auf den 700 Abonnenten-Stream und ich hoffe, es wird bald weitergehen mit dem 800 oder dem 900 oder sogar dem 1000 Abonnenten-Stream, liebe Leute. Haut rein. Bis denn dann. Schönen Tag euch noch. Türelü.